Hallo liebe Freunde, hier ist Armin Staud mit einem Update-Video zur Overlay Machine Version 2.1.0. Es gibt ein paar sehr schöne neue Features, die ich euch hier vorstellen möchte. Selbstverständlich könnt ihr auch alle neuen Features in dem PDF-Manual nachlesen. Wenn ihr es denn downgeloadet habt, dort steht dann natürlich alles wieder drin. Aber so ein Video ist ja auch ganz schön. Ich kann ja nebenbei auch immer so ein paar Techniken erzählen, wie man mit Overlays arbeitet. Zieht euch das also rein, dann wünsche ich euch viel Spaß in den nächsten Minuten. Fangen wir mal mit dem Import an. Und zwar geht es hier um den Ordner-Import mit der Overlay Machine. Da haben wir nämlich zwei neue, ziemlich coole Funktionen eingebaut. Dafür möchte ich aber gerne einen neuen Katalog verwenden. Und zwar einen leeren Test-Katalog. So, da ist jetzt nichts drin. Und ich klicke mit der Alt-Taste auf Import, weil es geht jetzt um den Ordner-Import, nicht um den Einzel-Import. Ihr seht gleich, dass sich der Dialog verändert hat. Und zwar könnt ihr jetzt genau so, wie hier in der Oberfläche, nach Stichwörtern suchen, aber diesmal beim Import von Dateien. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach einen Ordner von über 5000 Dateien oder 10.000 oder 100.000 Dateien quasi auslesen und nur Bilder importieren, die entweder Sternchen haben und oder Stichwörter haben in den verschiedenen Kombinationen. Die Suche funktioniert hier exakt genauso wie in der Oberfläche. Das heißt, ihr habt hier das Komma, das Semikolon und das Ausrufungszeichen als Hilfszeichen. Also Ausrufungszeichen wird nicht gesucht. Semikolon heißt oder. Das heißt entweder Hubbel oder Bubbel. Das heißt, egal, wenn ihr Dateien habt, wo eins dieser Stichwörter drin vorkommt, dann werden die importiert. Oder ihr nehmt das Komma. Dann heißt das, dass beide gefunden werden müssen. Das heißt, diese obere Funktion hier, alle angegebenen Stichwörter müssen enthalten sein. Die braucht ihr eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich können wir die wieder löschen, weil das Komma macht nämlich genau das nach meinem Verständnis. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Ich möchte jetzt nur nach einem einzigen Stichwort suchen, weil wenn ich jetzt meine Datenbank durchforste nach neuen Overlays, dann kriegen die von mir immer ein Stichwort. Das heißt zum Beispiel OVL, Import 1, Import 2, solche Geschichten halt. Und wir wollen uns das mal angucken in Lightroom, wie ich das hier gemacht habe. Ich klicke jetzt mal hier erstmal das Stichwort weg. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Ordner ausgesucht von 452 Dateien. Wenn wir das mit der alten Importfunktion gemacht hätten, müssten jetzt alle 452 Dateien in Photoshop geöffnet werden, damit man dort die Metadaten auslesen kann. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Also ab einer Photoshop-Version von 25.0 werden die Dateien auf der Festplatte durchgelesen. Das heißt, das geht super schnell. Das werdet ihr gleich sehen. Jetzt tippe ich hier mal das Stichwort OVL ein und ihr seht, wir haben jetzt 22 Treffer. Wie findet man das in Lightroom raus? Ganz einfach, ihr müsst hier mit F6 unten den Filmstreifen öffnen und hier in der Zeile steht es 22 von 452 Bildern. Das heißt, die Overlay-Maschine muss natürlich alle 452 Bilder darauf untersuchen, ob das Stichwort da drin ist oder das Sternchen, je nachdem, wie ihr halt suchen wollt. Ich mache es halt mit Stichwörtern. Gehen wir mal zu Photoshop zurück und jetzt muss ich das Ding erstmal scharf schalten. Das heißt, ich muss jetzt das Verzeichnis suchen. Ich bin da natürlich schon drin, weil ich das vorher ausprobiert habe. Allerdings dauert das immer ein bisschen, bis hier die Bilder angezeigt werden. Das dauert ziemlich lange. Guck mal, das ist der Ordner mit den 452 Dateien. Ich öffne den jetzt mal. Das heißt, hier steht jetzt, guck mal, das ist der Ordner, der eingelesen wird, beziehungsweise mit den Unterordnern, weil ja hier noch so ein Häkchen ist, also rekursiv. Das heißt, wenn es Unterordner gäbe, würden die mit eingelesen. Und jetzt will ich nur Dateien importieren, die das Stichwort OVL haben. Ich klicke auf OK und guck mal, wie schnell das jetzt geht. Die 452 Dateien werden einfach in unter 10 Sekunden untersucht. Und jetzt sagt der mir, guck mal, wir haben jetzt 22 Dateien gefunden und die importiere ich jetzt. Und jetzt werden sie geöffnet. Also die 22, die importiert werden, werden jetzt geöffnet, weil es müssen ja Thumbnails erstellt werden. Und dafür brauche ich natürlich ein geöffnetes Bild in Photoshop, damit ich das verkleinern kann. Dann kommt das in die Datenbank rein, wird in eurem Systemordner abgespeichert. Und dann seht ihr, dass alles funktioniert hat. Jetzt haben wir hier 22 Bilder drin, die ich gleich auch verwenden kann als Overlays. Jetzt wollen wir uns mal ganz kurz den Aktionen widmen. Ich habe nämlich die Aktion, die ich euch mit liefere, ein bisschen aufgebaut. Dort gibt es eine neue Aktion, die ziemlich cool ist. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Dafür brauchen wir natürlich die Aktionspalette, die es natürlich hier oben im Fenstermenü gibt. Oder ihr zieht sie euch einfach raus, damit ihr das sehen könnt. Das ist also hier diese neue Aktion. Wer nicht weiß oder wer das letzte Tutorial nicht richtig geguckt hat oder das Manual, dann sage ich nochmal, eine Aktion wird durch den Doppelklick auf die ATN-Datei geöffnet in dem Actionordner in der Overlay Machine 2.1.0. Gut, machen wir das mal. Doppelklick. Dann habe ich die Doppel. Doppel darf nicht sein. Das heißt, dass ich jetzt die alte, die ist oben, die neue, die ist unten, lösche. Das darf nur einmal vorhanden sein. Das gilt für alle eures Herzens. Es darf hier keine doppelten Namen geben. Dann kommt Photoshop nicht mehr klar. Jetzt haben wir hier zwei Aktionen, die scharf geschaltet sind. Das seht ihr daran, dass hier links solche weißen Häkchen sind. Das ist einmal die 1, einmal die 2. Die Aktion Nummer 3 ist einfach leer, weil ich dafür noch kein cooles Beispiel gefunden habe. Die müssen wir jetzt erstmal scharf schalten. Und zwar geht das so, dass ihr hier in die Aktionsmenüpunkt geht von der Overlay Machine. Und dort seht ihr jetzt, ob das scharf geschaltet ist oder nicht. Standardmäßig ist das so. Das heißt, hier steht keine Aktion dreimal. Wir brauchen aber für die Nummer 1 und für die Nummer 2 brauchen wir jeweils eine Aktion. Entweder macht man das per Hand, indem man hier das richtige Set auswählt. Mit der entsprechenden Aktion. Das wäre jetzt hier die 1. Oder man lädt einfach die JSON-Datei aus diesem Action-Ordner. Das ist hier die obere. Steht hinten dran JSON. Und dann ist das nämlich darin gespeichert. Ihr könnt auch, wenn ihr manuell irgendwelche Sachen hier einstellt, könnt ihr das genauso auch abspeichern und später wieder aufrufen. So, jetzt haben wir hier die 1 und die 2. Also 0,1 OVL und 0,2 OVL jeweils für diese beiden Punkte eingestellt. Und jetzt funktioniert es schon. Das heißt, wenn ich jetzt ein Overlay hier einsetze, dann bekomme ich eine ausgeschaltete Luminanzmaske. Das habe ich deswegen so gemacht, damit man den Effekt von dem Ovalet erstmal besser sehen kann. Wenn ich nachher die Luminanzmaske haben will, mache ich einfach einen einfachen Klick auf die Maske und dann ist die Luminanzmaske eingestellt. Und kann jetzt hier noch mit der Dichte arbeiten, die rausnehmen, die reintun, weiche Kante und so weiter. Dann gibt es hier zwei Einstellungsebenen. Das kennt ihr eigentlich alles schon, weil das im letzten Tutorial vorgekommen ist, wo ihr hier Dinge einstellen könnt, beziehungsweise einfärben könnt. So, und jetzt machen wir mal als nächstes die beiden anderen Aktionen. Einmal haben wir die Motivmaske, die natürlich bei so einem Bild keinen Sinn macht, weil es gibt ja kein wirkliches Motiv. Das macht man dann normalerweise bei Portraits. Also, wenn ihr die einschalten wollt, Motivmaske, macht ihr einfach das Häkchen daneben. Passt auf, dass ihr nicht das falsche Kästchen klickt, weil das Kästchen hier ist falsch. Wenn ihr das macht, bekommt ihr bei jedem Befehl einen Dialog und das ist blöd. Und wenn ich das jetzt bei der unteren Aktion mache, da gibt es nämlich einen Dialog, dann müsst ihr euch merken, wo der ist. Weil wenn ihr das nicht wisst und das an- und ausschaltet, dann ist der nämlich weg und dann funktioniert die Aktion nicht mehr. Das heißt, in dem Fall, und ihr wisst es nicht, installiert ihr die Aktion einfach neu. Das gilt vor allen Dingen für die Leute, die die Maskmaschinen besitzen. Die machen das nämlich gerne, mal auf dieses Kästchen zu klicken und dann kriegst du ungefähr 500 Mal einen Dialog und das ist richtig doof. Okay, das ist also eine ganz wichtige Geschichte. Klickt hier das Häkchen an und zwar nur eine von den beiden Aktionen, nicht beide auf einmal. Gut, also wir nehmen jetzt die Motivmaske. Da ist jetzt ein weißes Häkchen daneben bei der ACR-Maske unten nicht. Nicht ganz wichtig, ja, ihr dürft die nicht beide auf einmal verwenden. So, jetzt mache ich hier einfach irgendeinen Overlay rein und jetzt, das ist eine KI-Funktion, das dauert eben, das hat mit eurem Internet zu tun, wie schnell das ist. Und jetzt haben wir hier eine Motivmaske. Wenn ich die ausmache, seht ihr, wie das aussieht. Ich kann jetzt einfach hier mit der Dichte entscheiden, wie viel von dem Overlay auf das Motiv drauf geht, beziehungsweise wie viel ich ausblende. Ich kann das auch vollständig ausblenden, das kommt immer darauf an, wie gut diese Maske hier geworden ist. Ich kann auch mit der weichen Kante zum Beispiel das Licht dann da reinführen. Wie auch immer, das ist eine ziemlich coole Sache. Wir löschen das Ganze jetzt nochmal. Und jetzt arbeiten wir mal mit den ACR-Masken. Wir haben die auch schon mal verglichen, glaube ich, diese Masken. Also wenn ihr mit Motivmaske arbeitet für ein Porträt, dann nehmt diese Aktion, die ist nämlich exakter als das, was ich mit dem ACR, also dem Camera Raw Filter machen kann. Den Camera Raw Filter will ich jetzt aber mal bei diesem Bild benutzen und zwar für Himmel. Gut, wir löschen mal diese Gruppe wieder. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte jetzt den Himmel auswählen und nur dort meinen Overlay haben. Das kannst du mit dieser ACR-Maskenaktion machen, allerdings nur dann, wenn du auch die Presets dafür hast. Das blende ich gleich nochmal ein, wie man das macht. Also, ich werde jetzt hier einfach mal wieder dasselbe Overlay nehmen, das einsetzen und jetzt bekommen wir den Camera Raw Filter und können hier eine Voreinstellung nehmen. Natürlich kann man das jedes Mal per Hand machen, aber das ist natürlich echt doof und aufwendig, weil das sind ja mehrere Masken, die ich hier brauche. Aber ich kann jetzt hier einfach auf Himmel klicken. Das heißt, ich warte, bevor ich klicke. Ich lasse mir immer hier die Vorschau erstmal anzeigen, weil wenn ihr jetzt auf mehrere Presets klickt, dann wird immer Masken dazu addiert. Ihr könnt nicht sagen, ich klicke einmal auf Himmel, dann einmal auf Gesicht. Nee, dann habt ihr mehrere Masken für Gesicht und Himmel und das passt natürlich nicht. Das heißt, ihr dürft nur einmal auf ein Preset klicken. Das habe ich jetzt gemacht und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann bekomme ich das hier als Maske. Zack, guck mal. Wunderbar, ich mache mal die Aktionspalette kurz zur Seite. Das heißt, das seht ihr gleich schon, dass wir hier mit einem Alt-Klick, seht ihr, dass wir jetzt hier die Maske auf dem Overlay drauf haben. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wie viel von dem Overlay auf den Bereich geht, der eben nicht Himmel ist. Das heißt, wenn ihr hier die Dichte runternehmt, das wäre jetzt normal ohne Maske und das wäre jetzt mit Maske. Und dann könnt ihr das kombinieren mit der weichen Kante und der Luminanzmaske hier oben. Mit der Luminanzmaske kann man nämlich entscheiden, wie viel von den Tiefen erhalten bleiben. Gut. So, das gleiche machen wir jetzt auch nochmal für das Motiv. Nee, das haben wir ja schon gemacht. Wir können das gleiche nochmal machen mit dem Camera Raw Filter. Aber diesmal nehmen wir eben nicht Himmel, sondern jetzt nehmen wir hier ganze Person. So, jetzt braucht ihr immer ein bisschen, bis die Vorschauen berechnet sind. Jetzt nehmen wir hier ganze Person, klicken hier auf OK, weil ich mache das deswegen, weil ich euch was zeigen will. Es wird natürlich immer das ausgewählt, was ich auswähle. Nämlich jetzt wird die Person ausgewählt. Aber ich will ja eigentlich das Gegenteil haben. Das heißt, hier müsst ihr einmal auf Befehl und I klicken, um die Maske zu invertieren. Weil es geht ja darum, dass das Ovale hinter dem Motiv ist. Und jetzt kann ich mit der Dichte entscheiden, wie viel in das Motiv reingeht. Beziehungsweise mit der weichen Kante kann ich das Licht in das Motiv reinziehen. Das ist aber bei monochromen Hintergründen nicht so gut. Ihr seht, dass ihr jetzt hier so ein rosa Halo bekommt. Das ist nicht so toll. Also da würde ich dann lieber hier mit der Dichte arbeiten und der Luminanzmaske, um dann hier noch die Tiefen wieder zu holen. Okay? So, das heißt, das wird jetzt für den Anfänger kompliziert aussehen. Aber ihr habt jetzt einfach hier ein paar Regler, mit denen ihr hin und her regeln könnt und dann quasi die perfekte Einstellung findet. Also ich wiederhole es nochmal. Ich wiederhole es nochmal. Ihr könnt einfach im Grunde alle Häkchen ausmachen. Obwohl hier Aktionen eingestellt sind. So, die sind hier eingestellt, diese beiden Aktionen. Und wenn ich jetzt aber ein Overlay hier reinhole, dann passiert gar nichts. Dann werden keine Befehle von irgendwelchen Aktionen abgespielt. Okay? Erst dann, wenn ich hier Häkchen setze. Das heißt, dass diese Aktionen werden abgespielt, aber leer. Es ist nichts da drin. Alle Befehle sind ausgestellt. Deswegen gibt es keine Fehlermeldung. Und das ist ein ganz wichtiger Trick für Aktionen. Aber wenn ich die jetzt einschalte hier mit den Häkchen, dann werden sie wieder abgespielt. Und bei diesen beiden unteren Aktionen müsst ihr euch entscheiden. Also entweder nehmt ihr die Motivmaske. Für Porträts würde ich euch das empfehlen, weil die exakter ist als von dem Camera Raw Filter. Oder ihr nehmt jetzt die andere Geschichte, den Camera Raw Filter und könnt dann eine beliebige Voreinstellung, ein beliebiges Preset, was ihr euch für Masken eingestellt habt, das könnt ihr dort verwenden. Jetzt kommen wir zu drei sehr praktischen Kleinigkeiten. Das sind nur kleine Änderungen in der Oberfläche. Meine Sondertaste hier, meine Sondertaste dort. Das erste ist, ich habe hier eine Overlay-Gruppe, die ich gerne wieder loswerden würde. Normalerweise geht das nur so, dass ich das per Hand hier oben markiere. Dann ist aber automatisch immer die Gruppe markiert. Das heißt, einmal Delete ist die Maske gelöscht, nochmal Delete ist die Gruppe gelöscht. Das heißt, es sind drei Vorgänge. Einmal auswählen, einmal Maske, einmal Gruppe. Das hat mich irgendwann genervt. Wenn wir das jetzt ein bisschen einfacher haben wollen, dann klicke ich einfach mit der Alt-Taste zusammen auf Neu. Zack, und dann ist die Gruppe schon weg. Einfach mit einem einzigen Klick. Also mit der Alt-Taste auf den Neu-Button. Ihr seht es unten auch im Tooltip, da steht Overlay-Gruppe wird gelöscht. Wenn ihr mehrere Gruppen habt und keine davon markiert ist, wird von oben nach unten gelöscht. Das ist immer dasselbe bei unseren Plugins. Und wenn eine markiert ist, dann wird eben die gelöscht. Gut, das wäre die Änderung Nummer eins. Änderung Nummer zwei ist die, dass ihr jetzt einfach mit einem Alt-Klick eine Ebene oder ein Bild laden könnt. Ohne Gruppe, ohne Maske, ohne Fürlefanz. Also das ist jetzt kein Overlay, das ist jetzt einfach eine neue Ebene in unserem Dokument. Es kann ja sein, dass ihr einen Online-Shop habt und ihr müsst Objekte einsetzen. Ihr wollt gar nicht, dass irgendwelche Geschichten dort mitgemacht wird, sondern ihr wollt die einfach nur pur einsetzen. Jetzt ist es aber so, dass es immer noch skaliert wird. Weil das ist ja das Ding von der Overlay-Machine, dass man hier ganz einfach Overlay einsetzen kann, ohne dass man hier großartig was machen muss. Jetzt wurde das einfach auf die kurze Kante von unserem Dokument skaliert. Wenn wir das Original sehen wollen, in der Eigenschaftenpalette auf diesen Rückgängigkeits-Button klicken und dann siehst du die originale Auflösung. Das geht natürlich nur bei Smart-Objekten, nicht bei normalen Pixel-Ebenen. Das ist jetzt die Auflösung. Und da können wir jetzt gleich zur dritten Geschichte kommen. Wenn ich jetzt normalerweise so ein Overlay einsetze mit der Overlay-Machine, machen wir das mal, dann wird ja immer versucht, ein Overlay auf die Arbeitsfläche zu skalieren, aber eben proportional. Das heißt, entweder stimmt das Overlay von seinen Proportionen zur Arbeitsfläche, dann sieht man das gar nicht. Dann ist das quasi perfekt. Wenn das aber nicht der Fall ist, wie bei einem Quadrat hier zum Beispiel in einem Querformat, dann seht ihr, dass jetzt das Overlay auf die kurze Kante skaliert wird. Weil wir natürlich nicht wollen, dass Bild-Elemente von der Overlay-Ebene außerhalb der Arbeitsfläche sitzen. Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel diese hellen Ränder hier nicht haben möchte, seht ihr hier diese hellen Ränder, die will man in der Regel nicht haben, damit man die nicht hat, gibt es zum Beispiel eine Methode, man skaliert das ganze Ding auf die Arbeitsfläche, dann sieht man sie nicht mehr. Aber bei einer Sonne ist es jetzt so, dass die Sonne ist ja jetzt ein Oval oder dieser Kreis hier ist jetzt zum Oval geworden. Das ist vielleicht eine Sache, die ich nicht haben möchte. Oder wenn ich Motive einsetze, die erkennbar sind, dann kann ich die ja auf diese Art und Weise nicht verzerren. Aber wenn ich die jetzt auf die ganze Arbeitsfläche haben möchte, dann muss ich sie proportional auf die ganze Arbeitsfläche setzen. Ich setze das Ganze hier oben nochmal zurück. Jetzt haben wir das Original. Das heißt, normalerweise ist es so, wenn ihr mit der Alt-Taste auf den Transformieren-Button klickt, dann wird es auf die innerhalb der Arbeitsfläche proportional skaliert. Und wenn ihr die Shift-Taste drückt, und das ist die Neuerung, dann wird es proportional auf die gesamte Arbeitsfläche skaliert. Das heißt, jetzt sitzen Teile des Bildes außerhalb. Wenn ich jetzt auf das Verschieben-Tool gehe mit V, dann seht ihr diesen Bezugsrahmen hier. Das ist also unser Begrenzungsrahmen. Und der sitzt jetzt auf der langen Kante, aber Bildteile sitzen jetzt außerhalb. Das heißt, ich könnte das jetzt halt verschieben, wie ich will, in der Höhe. Am besten die Shift-Taste dabei halten und das dann richtig einsetzen. Also, mit der Alt-Taste proportional in die Arbeitsfläche, mit der Shift-Taste proportional auf die gesamte Arbeitsfläche. So kann man sich das vielleicht am besten merken. Und wenn ihr auf die Proportionen pfeift, dann braucht ihr überhaupt keine Sondertaste. Dann setzt ihr das einfach so ein. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsänderung. Als erstes werde ich mal mit der Alt-Taste auf Neu klicken, um den Ordner loszuwerden. Und ich setze jetzt hier eine Sonne ein. Also, ihr seht ja hier in dem Bild selber, hier hinter ist ja wahrscheinlich die Sonne. Und die kann ich ja verstärken, indem ich da einen Sonnen-Overlay einsetze. Machen wir das eben mal. Ich werde jetzt aber mal die Aktionen hier wieder freischalten. Ne, die sind ja beide an. Motivmaske brauchen wir nicht. Ne, Himmelmaske brauchen wir nicht. Okay, wir lassen das so, wie es ist. Ich setze jetzt hier einfach irgendwo eine Sonne ein. Nehmen wir mal die hier. Zack. Und die sitzt jetzt in der Mitte, oder? Und die ist auch zu groß. Also, was mache ich? Ich gehe auf das Verschieben-Tool, verschiebe die dahin, wo sie hin soll. Und mit der Alt- und der Shift-Taste proportional von der Mitte verkleinere ich die. Sagen wir mal so. Okay. Jetzt will ich eine andere Sonne nehmen. Dummerweise sehe ich gerade, dass ich aber gar keine anderen Sonnen habe. Das heißt, dass ich jetzt eben mal den Katalog wechsle. Sehen wir hier, da gibt es nämlich einige Sonnen. Also suchen wir mal nach Sun. So, jetzt nehme ich eine andere Sonne. Nehmen wir mal diese Sonne hier. Setze die hier ein, ersetze die. Und was ist jetzt? Die ist jetzt wieder skaliert auf die Arbeitsfläche und sitzt genau in der Mitte. Das ist ein ziemlich nerviges Verhalten, oder? Also bis jetzt ging das eben nicht anders. Das heißt, ich muss die jetzt wieder da hinschieben und wieder skalieren, wie ich will. Also hier würde ich es zum Beispiel größer skalieren. Egal, ich skaliere das jetzt mal so. Sage auf Okay. Und sobald ich ein neues Overlay hier reinhole, sitzt das wieder in der Mitte und ist anders skaliert. Und das ist eine ziemlich nervige Geschichte, wenn man zum Beispiel sowas ausprobieren will. Ich muss also jetzt, sagen wir mal, 20 Sonnen ausprobieren, ob die da jetzt an diese Stelle passen. Also, warum sollte man sich die Transformation nicht einfach merken? Und es gibt jetzt hier oben Transformationen mit einem Schloss. Wenn das blau ist und das Schloss geschlossen ist, dann wird sich eben diese Transformation gemerkt. Das bezieht sich aber nur auf diesen blauen Bezugsrahmen. Also auf diesen Begrenzungsrahmen bezieht sich das. Der hat eine bestimmte Größe und der hat eine bestimmte XY-Position. Andere Dinge kann man mit UXP nicht speichern. Das geht leider im Moment noch nicht. Das heißt, wenn ihr sowas macht und das ganze Ding dreht, dann funktioniert das anders als erwartet. Weil wenn ich jetzt auf Okay klicke, seht ihr, wie sich der Bezugsrahmen verändert hat. Das heißt, jetzt werden sich diese Maße von dem Bezugsrahmen, wie er jetzt ist, die werden sich jetzt gemerkt. Das ist aber nicht das, was ihr unbedingt haben wollt, oder? Also ich gehe jetzt nochmal zwei Schritte zurück oder einen Schritt zurück. Das heißt, das hier wäre ja jetzt etwas Normales. Wir haben einen Bezugsrahmen, wir haben das ganze Ding skaliert, etwas kleiner gemacht und an eine bestimmte Position verschoben. Transformation ist blau, das Schloss ist geschlossen. Ich nehme irgendeine andere Sonne und guck mal, die wird jetzt immer ungefähr an derselben Stelle sein. Ich sage deswegen ungefähr, weil natürlich, wenn die Sonne nicht genau in der Mitte sitzt, sondern irgendwo an der Seite, dann sitzt sie natürlich nicht da, wo sie sein soll. Also die müsste ja jetzt hier sitzen. Okay, das kann natürlich nicht funktionieren. Wenn ich jetzt aber auf eine neue Sonne klicke, dann seht ihr, es wird sich gemerkt, wie groß dieser Rahmen ist, dieser Bezugsrahmen und an welcher Position er ist. Das ist mein Lieblingsfeature, weil das habe ich jetzt quasi immer an, wenn ich jetzt in einem Bild arbeite an einer bestimmten Stelle, dann möchte ich auch, dass das immer ungefähr dorthin skaliert wird. Und dann könnt ihr natürlich letztendlich, ich mache das jetzt nochmal hier, da sitzt das jetzt. Ich nehme jetzt mal diese hier und sage, die würde mir jetzt gefallen. Dann würde ich die jetzt nochmal skalieren, je nachdem, wie ich die brauche, an die endgültige Position setzen. Aber ihr habt es dann immer so ungefähr dort, wo ihr es braucht. Und dann könnt ihr schon mal sehen, ob das okay ist oder nicht für euch. Und dann behaltet ihr es, wenn es okay ist. Und wenn nicht, dann probiert ihr halt einfach eine andere aus. Hinzu kommt dann noch eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe. Wenn ihr mehrere Gruppen habt, ich mache jetzt mal eine neue Gruppe und mache da irgendeinen Overlay rein, dann wird das wieder so skaliert, wie wir das gewohnt sind. Und wenn ich jetzt hier das an die Stelle bringe, dann wird jedes Overlay, was in dieser Gruppe ist, an diese Stelle geschoben und skaliert. Guck mal. Und wenn ich hier in diese Gruppe gehe und hier das Overlay ersetze, dann wird das eben so ersetzt nach den Maßen, die ich jetzt hier habe. Okay, einmal hier und einmal hier. Das heißt, diese Skalierungen von dem Schloss hier oben werden pro Gruppe, wird sich das gemerkt. So Leute, das war es auch schon wieder mit dem Update-Video zur Version 2.1.0. Der Overlay-Machine hat mich sehr gefreut. Ich finde, da sind ein paar ziemlich praktische Sachen dabei. Wenn euch das gefallen hat oder ihr Anmerkungen habt oder Ideen habt, dann schreibt das doch einfach per E-Mail oder nutzt die Kommentarfunktion von YouTube. Das ist übrigens auch motivierend dafür, daran weiterzuarbeiten. Es haben nämlich eine ganze Menge Leute dieses Plugin gekauft. Die scheinen aber alle zufrieden zu sein, weil man hört eigentlich ziemlich wenig von euch. Also umso mehr ich von euch höre, umso mehr arbeiten wir auch daran, weil im Moment habe ich keine neuen Ideen für neue Features. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendeinen Unput von euch und dann kommt auch wieder was Neues. Wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Ladet euch das runter, probiert es aus und dann könnt ihr euch ja auch in den Kommentaren darüber ausbreiten. Okay, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, euer Eimel Staudz.